So Leute, heute soll es hier mal wieder um eine weitere Deadpool-Aufgabe gehen. Ihr könnt gern ein Like da lassen und auch ein Abo da lassen, falls ihr neu da seid, würde mich sehr, sehr freuen. Die Aufgabe nennt sich hier, findet Deadpools Chimichan-Gas beim Hauptquartier. Das Ganze müssen wir insgesamt dreimal finden. Kein Plan, ob ich das Wort jetzt richtig ausgesprochen habe oder nicht, ist aber relativ egal. Der erste befindet sich dann ganz genau hier neben dem großen roten Gasbehälter. Einfach einmal draufklicken, einsammeln, dann habt ihr schon mal den ersten gefunden. Der zweite befindet sich dann hier oben rechts beim Agenten. Einmal draufklicken, dann zum ersten Agenten und hier auf dem Schreibtisch neben der Taste befindet sich dann das zweite Teil. Dann gehen wir hier einmal zurück und noch einmal zurück und oben rechts habt ihr hier diesen Upgrade-Tresor. Einmal draufklicken, dann habt ihr hier diesen Maya-Skin und hier bei diesem kleinen Regal hier, wo diese Cap ist, wird dann der letzte Spawnend. Einfach dann draufklicken, dann habt ihr schon direkt alle drei gesammelt. Falls ihr irgendwie noch Hilfe braucht bei anderen Challenges, dann klickt mal oben rechts auf das i. Dort habe ich mal die Videos für euch verlinkt und dann würde ich sagen, das war es mit einem kurzen Video.